Hi, ich bin's, Sebastian. Da ich geschäftlich viel unterwegs bin, habe ich über all die Jahre bestimmte Reise-Gadgets für mich entdeckt, auf die ich einfach nicht mehr verzichten möchte. Und was genau das für Gadgets sind, das zeige ich euch jetzt. Das Ungünstigste, was aber auf einer Geschäftsreise passieren kann, dass der Handyakku leer ist. Das macht wirklich keinen Spaß, aber man kann dem natürlich vorbeugen. Und zwar, indem man sich eine Powerbank zulegt. Ich würde zu einem Gerät tendieren, was tatsächlich seinem Namen alle Ehre macht, wo also ordentlich Saft dahinter ist. Bitte achtet darauf, dass vor Antritt eurer Geschäftsreise das Ding auch wirklich die Power hat, die es braucht. Heißt, aufladen. Wenn ich auf Geschäftsreise bin, kommt es immer mal wieder vor, dass ich mir nochmal eine Präsentation angucke oder irgendetwas lesen muss. Was ich dann nicht gebrauchen kann, ist Lärm um mich herum. Deswegen habe ich mich für solche Teile entschieden. Das sind Kopfhörer mit sogenannter Geräuschreduzierung. Das heißt, ich kann auf Knopfdruck alles ausblenden, was nicht für meine Ohren bestimmt ist und kann so gut vorbereitet an meinem Zielort an. Manchmal komme ich von einem Business-Termin und bin froh, dass ich im Zug oder im Flugzeug jetzt mal für ein paar Stunden die Augen zumachen kann. Am besten geht es dann mit einer Schlafbrille, die sich a. an meinem Gesicht anpasst und b. vor allem kein Licht durchlässt. So komme ich besonders ausgeschlafen zu Hause an. Ein weiterer Klassiker auf Geschäftsreise. Ihr habt kein WLAN, müsst aber unbedingt ins Internet. Dem kann ganz leicht Abhilfe geschaffen werden und zwar mit einem transportablen Router. Hiermit kreiert ihr euer eigenes Netzwerk und könnt dann sicher und zuverlässig so viel surfen, wie ihr wollt. Probiert das mal aus. Ha! Schlau bin ich, dachte ich mir zumindest neulich, als ich sowohl Powerbank, Ladegerät und auch Kopfhörer am Start hatte, als ich mich in die Bahn gesetzt habe. Dummerweise hatte ich mir ein paar Tage vorher ein neues Handy gekauft und die Anschlüsse haben einfach nicht mehr raufgepasst. Irgendwie doof, sollte mir nicht mehr passieren. Deswegen habe ich mir das hier gekauft. Hier habe ich wirklich alle Anschlüsse drin, die auf mein jetziges Handy passen, habe sie immer am Mann und so kann nichts passieren. Wer viel unterwegs ist und dabei auch noch sitzt, der weiß ganz genau, wovon ich jetzt spreche. Der Nacken macht nämlich irgendwann dann mal schlapp. Dann ist man froh, wenn man etwas hat, was dem Nacken gut tut. In dem Fall schwöre ich persönlich auf so ein Nackenkissen. Und das Beste ist, es lässt sich ganz leicht anlegen, ist super bequem und erfüllt seinen Zweck komplett. Entspannter geht nicht. Folgende Situation. Ihr fahrt zu einem Business-Termin, müsst übernachten und am nächsten Tag stellt ihr fest, dass euer Hemd vollkommen zerknittert ist. Außerdem ist das Bügeleisen im Hotel gerade im Einsatz. Also, was könnt ihr machen? Ihr könnt das machen, was ich getan habe. Ich habe mir nämlich jetzt einen sogenannten Steamer zugelegt. Das Teil steckt ihr in die Steckdose, füllt Wasser ein und wartet, bis es richtig heiß geworden ist. Und dann steamt ihr die Falten von eurem Hemd einfach weg. Glatte Sache. Last but not least möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass sich so eine Smartwatch mittlerweile wirklich bezahlt macht. Denn ganz egal, ob ihr ein Hotel reservieren wollt, am Flughafen einchecken müsst oder einfach nur eure E-Mails beantworten wollt, ihr müsst nicht mal mehr in der Hosentasche nach eurem Handy greifen, sondern habt alles direkt am Handgelenk. Alles in allem kann man also sagen, es gibt für jede Art der Reise die passenden Gadgets. Und falls ich irgendwas Wichtiges nicht gezeigt habe oder ihr der Meinung seid, ihr kennt ein Reise-Gadget, was ich unbedingt kennenlernen muss, dann schreibt mir das gerne hier in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, lasst natürlich ein Like da. Und wenn ihr Lust habt, ich millimeterами, dann schreibt mir das gerne. zusch어요 ich zweiteig. Ich hoffe es funktioniert. �ange geht. Audi impost Stecher Libert Bleiz